Das Rettungsschiff Aquarius ist vor wenigen Tagen wieder in See gestochen und hat einen Kurswechsel bei zukünftigen Rettungsaktionen angekündigt. Das Schiff wird von der französisch-deutschen Organisation SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen unterhalten. Diese Bilder zeigen die Crew beim Training für die Seenotrettung von Flüchtlingen. Laut SOS Mediterranee hat sich im Laufe des Jahres die Situation für Schiffbrüchige dadurch verschlimmert, dass offizielle Rettungsstellen die NGOs dazu aufforderten, ihre Rettungsbemühungen herunterzufahren. Die Crew habe sich stets an internationales Seerecht und alle gültigen Konventionen gehalten. Dazu gehöre beispielsweise vor einer Rettung auf die Anweisung einer Küstenwache zu warten. Rettungskoordinator Nick Romaniuk erklärt. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir nicht mehr warten werden. Wenn wir sehen, dass ein Boot Probleme hat und die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Menschen umkommen, dann werden wir sie sofort retten, so wie es internationales Seerecht vorsieht. Daraus gehe außerdem hervor, so Romaniuk, dass sichere Anlaufhäfen bestimmt werden. Italiens neue Regierung unter Matteo Salvini hat jedoch die Praxis eingeführt, Häfen für private Rettungsschiffe zu schließen, mit der Absicht, Flüchtlinge vermehrt nach Libyen zurückbringen zu lassen. Romaniuk sagt dazu. Libyen gilt nicht als sicherer Hafen, darum werden wir keine Menschen nach Libyen zurückbringen. Sichere Häfen müssen europäische Häfen sein. Diese Entscheidung liegt natürlich nicht bei uns, sondern bei den offiziellen Küstenwachen. Aber unser Leitfaden wird sein, niemanden nach Libyen zurückzubringen. Die Aquarius hat allein in diesem Jahr rund 3000 Menschen gerettet.